Norddeutscher Rundfunk 2021 Super, mach du! Mach du! Bleib ganz ruhig! Ah! Holy shit! Ah! Also wir sind alles andere als sportlich, ja. Super Schotzi! Los! Super! Oh mein Gott! Lass dich drüberfallen! Genau! Hier rüber, hier rüber! Okay, ich warte aber ein. Soll ich auch drüber springen? Ja! Stopp! Wie soll ich schnell da rüberkommen? Schaffst du, Hasi! Drüber springen! Ich konnte mit meinen kleinen zarten Füßen natürlich da nicht mithalten. Das war so anstrengend. Es war so anstrengend. Es war so anstrengend. Es war so anstrengend. Es war so anstrengend. Meine Lunge, ich dachte, das springt mir alles raus. Ich auch, ja. Keine Luft mehr bekommen. Ich hab noch gar nicht geatmet. Also hier, hallo Chuck Norris aus Osnabrück. Easy, was los Mensch? Diese kleinen Schritte. Du kannst auch laufen, easy. Man steht unter Strom. Man will schnell wie möglich die Runde schaffen, damit man sich in die Gülle reinschmeißt. Nee, ist noch schlimmer. Kleine Schritte, easy. Ja, sei ein bisschen athletisch. Komm, Hasilein. Schmeiß dich rüber. Schmeiß dich rüber. Hasi, wir brauchen großen Vorsprung. Hasi, komm. Schatzenschaft, das ist mein Schuh drin. Mann, Hasi, was soll denn das? Sorry, tut mir leid. Baby, komm schnell! Ich bin so im Arsch. Du kannst doch laufen. Tippe, Alter. Alter, wie schafft der Junge das so schnell? Jetzt geht um viel. Erik ist über das Spielfeld geflogen. Also das war kein Hüpfen mehr, das war schon ein Fliegen. Vielleicht ist er schon wieder da. Ich hab eigentlich nur die ganze Zeit gedacht, wie ich mich gegen die anderen erstmal durchsetze. Ich bin so im Arsch. Kadir, komm. Kadir, komm, recht. Du machst dich kaputt. Warum machst du das? Zieh mich rüber. Zieh mich rüber. Gehst mehr, heat! Schwer drüber, ja. Hasi, ich geh jetzt durch! Ich bin stolz! Ich bin der Speedy Guantalis im Sack hüpfen. Was macht denn der? Das ist der Zeichen durch, stimmt. Alter, ich bin so stolz, Schatz! Easy, lauf doch mal, was machst du? Geh zu spazieren! Warte, lass doch, ist doch egal, die sind eh gleich kaputt. Erik, versau das jetzt nicht, du hast so einen riesen Vorsprung. Er hat so viel Gas gegeben, also der war so schnell! Was schaffst du, Baby? Ich kann nicht mehr! Hallo, hallo, hallo! Du warst doch nicht dreimal! Glogis! Hallo! Ich war dreimal! Ihr könntest doch nicht einmal überrundet haben! Außerdem ist das meine Sache! Auch Silber, auch Silber! Los, komm rein da! Schatz, los! Du packst das! Schatz, los! Schatz, los! Du packst das! Schatz, los! Ich hatte sehr, sehr großen Schiss, als ich bin in der Stadt. Steffen in meine Nähe kam. Los, Schatz, du schaffst das! Du hast so gekämpft gerade! Lass mal ein T-Shirt machen! Wir sind wieder die Letzten! Komm, so ein Scheiße, vergiss es! Easy, geh! Echt toll! Mann, die müssen das erst mal finden da drin! Guck da an meine Ecke! Ja, jetzt die Kante aus! Genau, jetzt kommt sie auf eine Ecke! Silber, Silber! Leg weg, leg raus! Das ist der Gold! Ist der Gold! Warum fäll ich denn die Scheiße nicht? Ich hab das schon schon gefunden! Da wird man irgendwann auch unruhig! Ich habe irgendwann, ich weiß, ich heule immer ganz viel, aber irgendwann stand mir wieder die Tränen im Auge, weil ich gedacht habe, ey, ich kann das doch nicht verkacken. Du schaffst das, Schatz, du schaffst das. Silber. Ich schläg sie auf. Silber. Silber, Silber. Ich habe die Hufeisen wieder reingepackt. Ja, aber ich wusste ja, wo ich meine reingefallen habe lassen. Jetzt hat er wieder reingedeckt, Steffen. Du verlangst Fair Play, Steffen, der macht's auch. Wir wissen doch, wir kennen's doch jetzt. Was mache ich? Die Goldenen suchen. Jetzt kommt Kader rein und findet das Ding auf dem Ersten. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Weg Richtung Schlamm noch überhaupt finde. Doch noch die Orientierung habe. Was, wie tief ist das denn? Du schaffst das, mach weiter, mach weiter. Weiter, weiter, weiter. Los, Schatz, du schaffst das. Silber. Silber. Es ist gut! Los, Schatz, los, Schatz, los, Schatz! Es ist gut! Es ist gut! Yeah! Ich hoffe, ich hoffe, ich passer mal um den Schatz. Hey! Untertitelung des ZDF, 2020